Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute starte ich mal eine neue Reihe, und zwar eine Tutorial-Reihe zu Pygame. Diese trägt den Titel Eine Einführung in Pygame, Spiele entwickeln mit Python. Und ja, wie der Titel es dir schon verrät, zeige ich dir, wie man mit Pygame in Python eigene Spiele entwickeln kann. Wenn es um die Spieleentwicklung mit Python geht, dann ist Pygame wohl die populärste Library dafür. Diese Library ist zwar schon ziemlich alt, sie ist aber Open Source und wird stetig weiterentwickelt, und die Pygame-Community ist auch ziemlich groß und aktiv. Wenn man sich also für die Spieleentwicklung mit Python interessiert, dann ist Pygame auf jeden Fall ein sehr interessantes Framework, das man sich auf jeden Fall mal ansehen sollte. Wofür kann ich Pygame aber verwenden? Zum einen kann man Pygame natürlich für die Spieleentwicklung einsetzen, aber nicht nur das, man kann mit Pygame auch allgemein grafische Anwendungen programmieren, und auch für Visualisierungen eignet sich Pygame ziemlich gut. Pygame ist also grundsätzlich mal für Spiele entwickelt worden, aber es lässt sich auch in anderen Bereichen ziemlich gut einsetzen. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal, sich Pygame als Python-Entwickler anzuschauen, und deswegen mache ich auch diese Tutorial-Reihe dazu. Pygame ist ziemlich schnell installiert, und zwar muss man dafür einfach pip install pygame in seine Konsole schreiben, und dann kann man das Ganze direkt nutzen. Das werde ich dir aber gleich noch live in der Praxis zeigen, wie man das Ganze installiert und einrichtet, und am Ende dieses Tutorial-Abschnitts haben wir dann auch schon ein Pygame-Fenster initialisiert, mit einem grauen Hintergrund, das man auch wieder schließen kann. Ich würde also sagen, fangen wir direkt an. Übrigens, wenn du das Programmieren in Python umfangreich lernen möchtest, dann schau dir unbedingt mal unsere umfangreichen Python-Kurse an. Auf diese hast du Zugriff in Programmieren starten Premium, und einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Fangen wir zuerst einmal damit an, ein Projekt für unser Tutorial hier anzulegen. Das heißt, wir gehen hier in PyCharm einfach auf File, New Project, und dann erstellen wir hier ein neues Projekt. Und ich nenne dieses Projekt jetzt einfach mal CoinCollector, denn so heißt das Spiel, das wir im Endeffekt in diesem Tutorial programmieren werden. Unser Environment wird Conda sein. Wir benutzen Python-Version 3.9. Und ja, das sind eigentlich alle Vorbereitungen. Wir erstellen auch gleich hier eine Main.py-Welcome-Datei mit, dann haben wir da schon direkt eine Datei, die wir benutzen können. Das heißt, wir klicken hier jetzt einfach auf Create, und dann wird unser neues Projekt angelegt. Jetzt haben wir hier also unser neues PyCharm-Projekt angelegt. Wir haben hier direkt unsere Main.py-Datei. Da ist schon ein bisschen vorgenerierter Code drin. Den lösche ich einfach mal komplett raus. Und ja, jetzt werden wir hier mal anfangen, unser PyGame-Projekt zu starten. Bevor wir PyGame nutzen können, müssen wir PyGame natürlich erst einmal installieren. Und das machen wir ganz einfach, indem wir unser Terminal öffnen. Und im Terminal schreiben wir jetzt ganz einfach pip install. Damit können wir also mit pip ein Package installieren. Und das Package, das wir installieren wollen, ist PyGame. So, und dann drücken wir Enter. Und dann wird PyGame in unser Environment hier rein installiert. So, jetzt haben wir erfolgreich die PyGame-Version 2.3.0 installiert. Das heißt, wir können das hier wieder nach unten ziehen. Und ja, um jetzt PyGame hier in unserer Main.py-Datei nutzen zu können, sagen wir einfach ganz oben Import PyGame. Und damit haben wir jetzt schon direkt unser PyGame-Package installiert und das Ganze auch hier in unsere Main.py-Datei rein importiert. Jetzt müssen wir PyGame erst einmal initialisieren. PyGame zu initialisieren ist immer der allererste Schritt, den wir in jedem PyGame-Projekt durchführen müssen. Denn bevor wir PyGame initialisiert haben, können wir keine PyGame-Funktionen aufrufen. Wie machen wir das also? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir greifen auf das PyGame-Modul zu, das wir ja gerade eben schon importiert haben und rufen da drin die Init-Funktion auf. Diese Init-Funktion initialisiert jetzt quasi alle PyGame-Module und erst wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt hier danach auf diese verschiedenen Funktionen von PyGame zugreifen. Und wenn wir jetzt einfach mal unser Programm starten, dann sehen wir, dass hier nicht wirklich etwas passiert. Wir haben hier nur in der Konsole ein Hello from the PyGame-Community stehen, aber wir haben hier jetzt noch kein Fenster, das sich öffnet. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Definieren wir doch mal unser PyGame-Fenster. Dazu werde ich jetzt erstmal zwei Variablen anlegen. Und zwar einmal eine Window-Width-Variable, also die Breite von unserem Fenster. Und ich sage jetzt einfach mal, dass die Breite 800 Pixel sein soll. Dann erstelle ich eine Window-Height-Variable, also das ist die Höhe von unserem Fenster. Und da sage ich einfach mal, dass die auf 600 Pixel gestellt werden soll. Jetzt haben wir also die Dimensionen von unserem PyGame-Fenster festgelegt. Das heißt, wir können unser PyGame-Fenster jetzt auch erstellen. Und das geht ganz einfach, indem wir sagen, Window ist gleich PyGame.Display.SetMode. Und da übergeben wir jetzt ein Tupel, das im Grunde einfach diese Dimensionen enthält. Das heißt, für die Breite übergeben wir die Window-Width. Und für die Höhe übergeben wir in diesem Tupel die Window-Height. Und damit haben wir jetzt unser Fenster erstellt. Wenn wir jetzt mal dieses Projekt ausführen, dann sehen wir, öffnet sich ganz kurz dieses Fenster mit diesen Dimensionen von 800x600 Pixeln. Aber es schließt sich auch direkt wieder. Denn wir haben noch gar keine Loop gestartet, noch gar keine Dauerschleife gestartet, die dieses Fenster am Leben hält. Und diese Loop, das ist tatsächlich das Wichtigste von einem PyGame-Projekt auch. Die wollen wir jetzt einfach mal erstellen. Wir erstellen eine Variable, die heißt Running. Und diese bekommt jetzt einfach den Wert True zugewiesen. Und diese Running-Variable, die soll jetzt einfach sagen, ob unser Projekt noch laufen soll, ob unsere Anwendung noch weiterlaufen soll oder ob sie sich schließen soll. Und jetzt erstellen wir einfach eine While-Schleife. Und da sagen wir einfach While-Running, beziehungsweise While-Running ist gleich True. Aber While-Running zu schreiben ist im Grunde dasselbe. Damit prüfen wir, ob Running True ist. Und solange Running jetzt auf True ist, soll diese Loop hier laufen. Und das ist jetzt quasi diese Dauerschleife von unserem Fenster. Ich kann jetzt einfach auch hier mal Pass schreiben. Dann sehen wir auch, dass dieses Fenster jetzt offen bleibt. Aber hier drin passiert nichts. Man kann es auch nicht schließen hier mit diesem Kreuz. Also das ist jetzt einfach eine Dauerschleife. Und wir sehen auch, da kommt dann auch keine Rückmeldung mehr. Das heißt, hier haben wir noch zu tun. Wir werden jetzt zuerst einmal die Event-Schleife starten. While-Running soll quasi jeden Durchlauf einen Frame von unserem Spiel darstellen. Ein Frame ist im Grunde einfach nur ein Bild. Wir werden auch später dafür sorgen, dass unser Spiel mit 60 Bildern die Sekunde läuft. Das heißt, diese Running-Loop soll quasi 60 Mal pro Sekunde dann durchlaufen. Und hier drin starten wir dann jeden Durchlauf eine Loop, die die verschiedenen Events abfängt. Und auf diese Events von Pygame können wir dann auch reagieren. Ich programmiere das jetzt einfach mal runter und dann erkläre ich es. So, ich habe jetzt hier die Event-Loop mal geschrieben. Ich habe ja erwähnt, dass die Running-Schleife hier 60 Mal pro Sekunde ausgeführt werden soll. Und jeden einzelnen Frame wollen wir prüfen, was für Events reingekommen sind. Und diese Events, die wollen wir dann auch durchlaufen. Und entsprechend darauf reagieren. Aktuell fangen wir nur ein bestimmtes Event ab. Und zwar das Event Pygame.quit. Und wenn Pygame.quit das Event ja hier drin stehen sollte in unserer Event-Loop, dann machen wir Running zu False. Und somit wird diese While-Schleife hier dann auch verlassen. Und zu guter Letzt führe ich dann auch noch die Pygame.quit-Methode aus, um das Projekt auch wieder zu schließen. Wenn ich das hier jetzt mal ausführe, dann wirst du sehen, haben wir jetzt hier nicht mehr dieses Problem mit keiner Rückmeldung mehr. Und wenn ich jetzt hier aufs Kreuz klicke, dann schließt sich das Fenster auch wieder. Das heißt, wir haben jetzt hier eine ganz simple Loop, die unser Projekt mal bzw. unsere Anwendung mal am Leben hält. Und diese Events, die bekommen wir quasi immer mit Pygame.event.get. Das gibt uns einfach eine Liste an Events zurück, die in diesem Frame stattgefunden haben. Und jedes Event davon durchlaufen wir. Und dann gucken wir, okay, wenn das Event, das gerade durchlaufen wird, vom Typ Pygame.quit ist, dieses Event wird abgefeuert, wenn wir auf das Kreuz klicken, dann sagen wir einfach, dass Running gleich False ist. Und wenn wir dann eben aus der While Running Loop rauskommen, dann wollen wir Quit aufrufen, um unsere Anwendung zu schließen. Und ja, damit haben wir jetzt schon mal ein Basic Setup für unser Pygame Fenster. Ich möchte in diesem Video jetzt aber noch eine weitere Sache machen. Und zwar möchte ich jetzt noch dafür sorgen, dass der Hintergrund hier, wenn wir das mal starten, nicht komplett schwarz ist. Ich möchte, dass dieser Hintergrund auf so ein helleres Grau gesetzt wird. Und dann möchte ich auch jeden Frame den Display updaten. Sprich, ich möchte das Bild, das hier angezeigt wird, jeden Frame immer wieder neu rendern lassen. Und das können wir jetzt ganz einfach machen. Dafür müssen wir nur zwei Funktionen aufrufen. Zuerst einmal können wir den Bildschirm grau machen. Dazu rufen wir auf unserem Window, Das ist hier eine Surface, auf der wir etwas zeichnen können. Unser Window ist im Grunde dieses Display, das wir hier erstellt haben, in dem unser Spiel stattfindet. Und darauf können wir jetzt einfach sagen Fill. Und hier übergibt man jetzt einen Tupel mit einer Farbe. Und ich sage jetzt, dass ich hier für die Rot-, Grün- und Blau-Werte dieser Farbe jeweils 25 übergebe. Das heißt, ich schreibe hier in den Tupel 25,25,25 und dann bekommen wir so ein helleres Grau. Und dann möchte ich nach jedem Frame mit PyGameDisplay.update auch den Bildschirm updaten, also das Bild neu drawen lassen, also das Bild neu rendern lassen, sodass wir jeden Frame ein aktuelles Bild von unserem PyGame-Fenster haben. Und wenn wir jetzt das Ganze starten, dann sehen wir, ist dieser Hintergrund jetzt so ein Grau. Und das finde ich dann doch schon schöner, als dieses pure Schwarz, das wir da vorher hatten. Und damit haben wir jetzt unser PyGame-Fenster initialisiert. Ich kann ja hier nochmal die Konsole schließen und es dir komplett zeigen. Das ist erstmal alles, was wir machen müssen, um ein PyGame-Fenster zu initialisieren. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu Programmieren, Starten, Premium. Darin hast du Zugriff auf all unsere umfangreichen Videokurse, darunter auch auf unsere umfangreichen Python-Kurse. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Weiter geht es dann im nächsten Part dieser Reihe. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Programmieren. Auf Wiedersehen.